Hallo liebe Pixels und Pixies, mein Name ist AHA und wie ihr seht, oder besser nicht seht, könnt ihr mich noch nicht sehen und ich bin hier mit meinem guten Tumpel InstaGoat. Hallo! Heyo! Ha, und wir befinden uns mittlerweile im Comatencogar Remastered GDI Kampagne Mission 9, zweiter Teil. Yes. Jetzt sind wir kurz vor dem Angriff und wenn ihr auch fortsetzen klickt, beginnen die 20 Minuten auf die Kanüle und fertig. Go! Jawohl, Sir! Wow. Haha. Ich weiß gar nicht, worauf ich gerade gedrückt habe, aber es hat alles gleichzeitig ausgewählt, das beunruhigt mich. Warte, 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 bloß nicht auf die falsche Tat, warte, warte, warte. Nein, nein. Okay. Gut, das hätte fast Chaos gesagt. Oh, wählen Sie alles aus. Er hat einen seiner Türme zerstört. Ah. Ah, nee, ja? Doch, da waren drei unten, guck mal. Oh, fantastisch. Warte, 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 warte. Wie? A? Ah, mit A öffne, äh, wählt man also alle, alle Einheiten aus. Das ist, ah, blöde Haubitze wahrscheinlich gewesen. Fantastisch. Alle Unterlagen in der ersten Ausführung erstellt, aber nicht das Briefing-Ordentlesen zur Spreuerung. Ach, jawohl, Sir! Das ist angegriffen. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Pum. So. Okay, Haubitze für den Arsch. Okay, wer hat diese Einheit gesteuert? Jawohl, Sir! So, warte. In Ordnung. Der ist natürlich total überflüssig, weil die noch diese Flarak-Dinger hier überall haben. Ja. Du kannst nichts machen. Jawohl, Sir! Pum. In Ordnung. Jawohl, Sir! Dann kannst du die Einheit jetzt anwalten. Jawohl, Sir! Reich auf! Jawohl, Sir! 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 In Ordnung. Wenn ich das da hin mache, dann mach mal dieses Raket-Dingsbums kaputt. Ah! Aber ich glaube, du kriegst damit ja nicht alle Raketen-Dings, dieses Bub. Weil einige sind ja in der Macht. Genau. Mh, das stimmt. Dann überlegen, ob ich von zwei Seiten komme. Weil hier unten ist der Piu-Piu-Turm. Und die mag ich nicht. Die sind blöd. Aber das Wichtigste hast du ja geschafft. Du hast ja da unten die beiden Türme kaputt gehört. Ah, wir können die Sammler kaputt machen. Provozier dich nochmal schön. In Ordnung. Jawohl, Sir! Ah, lauf weg. Schön. Lauf weg, du Feigling. Man stört keine Blut nach. Warte, warte. Warte, warte. Der geht dich aber auch runter. Da kommt Hanze. Da kommt Hanze. Ja, ja, genau. Das ist... In Ordnung. Jawohl, Sir! Nach hoch. Recher auf. Recher auf. Recher auf. Recher auf. Recher auf. Recher auf. Ich will wieder... Hölle wegfahren, glaube ich gerade sagen. Recher auf. Wir gehen zu viele kleine Einheiten. Verstell dich. Ja. Das kostet nur unmöglich weg. In Ordnung. In Ordnung. So schnell wächst das Tiberium fällt da uns nicht nach. Ja, ja. Jawohl, recher auf. Recher auf. Recher auf. Recher auf. Jawohl, recher. Wo fährt der jetzt? Äh. Jawohl, Sir! Gab es irgendwie ein Update, dass irgendwie irgendwas angefangen hat zu verbacken? Das ist gerade echt verdächtig. Jawohl, Sir! Recher auf. Jawohl, Sir! Recher auf. Jawohl, Sir! Okay. Ist das super. gonna machen jetzt mit der Luft Jo, ich würde sagen... Das war mal echt erfolgreich was der da versucht, hat. Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Jawohl, Sir! Ist natürlich ne coole Idee, aber wo nimmst du die Ressourcen her? Du hast ja gerade... Warte mal, wie viel kosten die? 800. Ja, du hast 2000. Konstruktion fertig. Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Na ja, mal gucken. Wir werden sehen, wo wir das Geld dafür herkriegen. Guck mal, wie groß die unteren Tiberiumfäller mittlerweile sind. Ja, ein bisschen ist noch da, ist schon wieder da. Ja, muss auch ein bisschen Wack sein. Einfach abgrasen jetzt. Raten kannst du nicht. Jawohl, zahl! Nö, nö, es sind jetzt die Liriumbremse da. Jawohl, zahl! Recher auf! Konstruktion fertig. Wird gebaut. Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Oh, da kommen sie wieder. Diese Homs. Oh, sie kriegen jetzt noch die Farbenhäuser. Guck mal, sie sind wütend. Sie machen jetzt die Zivilistenklappe. Okay, wow. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Cool. Was hat sich der PC denn dabei gedacht? Ja, also auch noch nicht gesehen, dass die Zivilisten angreifen. Ich habe das Gefühl, irgendwas, irgendwas haben sie, dass irgendein Update, was nicht ordentlich funktioniert hat. Also schon, dass eine eben eingefroren ist. Die hier schießen jetzt random auf irgendwelche Häuser. Die Boote kommen, ohne dass der Trigger ausgelöst wurde. Ähm. Naja. So ist das Leben hier im Command & Conquer Line. Remaster das auch erinnert. Wir müssen uns als eine reale Beschreibung des Spielzustandes sagen. Ja. 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 Ja, da habe ich mich von fern gehalten. Äh. War wahrscheinlich eine gute Idee. Ja. Ja. Jawohl. Jawohl, jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl. In Ordnung. Dann kriegst du das selbe Spiel wie früher. Was du schon mal gekauft hast. Nur weniger gut. Mit mehr Bugs? Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl, jawohl. Nee, das Spiel selber hat gar nicht mehr Bugs. Weil bereits Un�og läuft. Du kriegst ne bessere Grafik? Für das gleiche Spiel. Ah, was macht ihr denn da? Ok, das war witzig. Unsere Basis. Ja. Cool, noch nen Ton. Damit. Gehau bitte, das hat einen Punkt, wenn ich. Die Natur läuft. Ok, ich würde gerade wirklich einfach den Gegner angreifen. Ja. Ja. Weil ich glaube, das bringt noch nicht mehr das Warten. Ja. Ich verstehe, was deine Strategie war, aber es bringt leider nichts. Und jetzt hast du da unten das Tiberiumfeld, was immer mehr im Weg ist. Uh, wie hast du das denn gemacht? Was? Äh, X. Dass die aufeinander laufen. Wenn man auf X drückt, dann... Jawohl! So, da sind wir die Sammler und ernten dieses Tiberium hier ab. In Ordnung. Aber das kriegen wir aber nicht beim alten Spiel, oder? Das ist doch jetzt erst neu. Weiß ich nicht. Ich... Pfff. Gott, da bin ich überfragt, um ehrlich zu sein. Es kann sein, dass es neu ist. Jawohl, X. Recher auf. Jawohl, X. Jawohl, X. In Ordnung. Jawohl, X. Recher auf. Jawohl, X. In Ordnung. Jawohl, X. Ok, das... Ja, ich wäufle im Krieg. Die kriegt man gar nicht so schnell abgeerntet. Ja. Ich hatte gehofft, dass ich das jetzt aus dem Weg räumen kann für die... Eint runnen würde ich ja gar nicht draneln, wenn man merken wird mal unten drum. Ne, unten ist der Laserturm. Achso. Oh. Versteh'. Eintah, ok, unten movimento ist keine gute Option. Versteh'. Jo. Also, zumindest mit den Panzern würde ich gerne oben rum... E attitude Sorry... Ok... Jetzt triggern wir ihn erst mal seinen Punkt. Ja, da kann der größten Hutten, von dem wir festgeschossen werden, keine Ahnung. Jawohl, Sir, reich ihr auf! Jawohl, Sir, reich ihr auf! Da laufen wir jetzt viel, was draußen, wenn wir in der Wehe nicht brauchen. Ja, ja. Wenn wir jetzt noch sein Tiberium dabei haben, dann haben wir es richtig gesetzt. Ja, noch. Nimm es gelaufen. Dann holt er sich einfach, dann wird er sich einfach einen neuen kaufen, so langfristig. Das mag ja sein, wenn wir es verlangen, dann gehen halt. Jawohl, Sir, reich ihr euch jetzt gelaufen. Jawohl, Sir, reich ihr euch nicht. Jawohl, Sir, reich ihr euch. Jawohl, Sir, reich ihr euch nicht. Jawohl, Sir, reich ihr euch nicht. Das ist eine Armee zusammengespielt. Ja, er ist begeistert. Der Gegner verliert, Einheit und Einheiten. Und das kostet denen alles Einheiten und Rohstoffe. Ach schön. Ja. Dann sind sie eben unzureichend. Äh, äh, äh. Ist egal. BB-A hat sich eine Armee von Megapanzern gebaut. So, zack. Jawohl, zahl. In Ordnung. Schön. Jetzt kommt der dämliche Sammler wieder. Mach den Sammler kaputt. Bumm. So, tschüss. Jetzt ist er provozige. In Ordnung. Welcher Augen? Jawohl, zahl. Bestätigt. 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 Hast du dich gut? Jawohl, zahl. Der Mikro-Management hat immer wieder... In Ordnung. Da sehe ich immer wieder ein Schrecklicherer eigentlich bin. Jawohl, zahl hier auch. Jawohl, zahl. Deswegen kommt sein Sammler hier nicht durch, weil da eine blöde Haubitze auf der Brücke steht. Okay, gut. Ja, finde ich okay. Kann ich mit leben. Dann schickt er sie hier oben vorbei. Ähm. Geil. Sehr nett. Vielen Dank. Ähm. So. Die sind okay, die sind okay. Jawohl, zahl. Er lässt ja lieber eine Haubitze stehen. Na gut, oder machen? Mhm. Die sammeln ja erstmal alles ab. So, warte. Jawohl, zahl. Bestätigt. Da sind ja auch noch Einheiten drin. Lass sie doch mal raus, gerne. Genau, die lass ich raus. Jawohl, zahl. Und dafür... Wir sind zapperen Mannen. Wir haben fünf Männer auf der anderen Seite gehabt und vier haben überlebt. Das... Wenn ich dir mal sagen, hast du echt gut gemacht. Wir haben sie gebaut. Mal filmen von denen. Ich versuche die mit dem Hochschrauber da einzuschleusen gleich. Oh Gott, wir sind zufrieden. Ah. Ah. Clemere Idee. Aber ich glaube, das Wichtigste ist ja, dass du da unten die beiden... Ja. Ja. Jetzt die Nordbasis. Die können wir rückwärts auch unterschlemmen. Sag ich diesmal ganz fies. Wir haben sie gebaut. Und wir können irgendwann warten, weil er uns einmal angegriffen hat. Sondern hat er halt gerade Einheiten verloren. Und dann können wir halt nachgehen. Genau. Jawohl, zahl. Gut. Jawohl. 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 Genau das wollte ich vermeiden. Cool. Das war aber auch so. Ja ja. Du musst nur viele mehr Einheiten sonst verloren. Ein bisschen... ...verhindern habe ich's zumindest so. Du musst halt die Frauen nachbauen, oder? Jawohl. Jawohl, zahl. Jawohl. Jawohl. Ich würde meinen, nach der Lieferung wüssten wir langsam los schlagen. Ja. Bitte reinklettern. Ja. Sehr gut. Ja, einer kommt noch. In Ordnung. Das sieht wunderbar aus. Das sind noch kostenlose Soldaten. Ja, ich bin begeistert. Jawohl, Sir. Schon dabei. Ich bin sehr froh. Jawohl, Sir. Ich bin sehr froh, Javier. Ich will sagen, Javier. Jawohl, Sir. Wir werden gegen die Terroristen, wenn Sie das Weltkrieg gewinnen. Jawohl, Sir. 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 Nee, 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 nee. Was du meinst, das ist wahrscheinlich Last Action Hero, das ist auch von ihm? Nee, nee, Kommando heißt der Film. Da spielt er irgendwie so einen Ex-Soldaten, der eine Tochter hat, und die wird entführt, und dann wird er sauer, aber Kinder entführt man nicht. Und dann bringt er alle um. Okay, klar, klar, klar. Den Film nicht natürlich, aber ich meine, nee, wie heißt denn der mit Sigourney Reaver? Ist das Eyes Wide Shut oder sowas? Eyes Wide Shut ist der von, ich glaube Eyes Wide Shut ist von Kubrick, der Film. So, das ist Kubrick mal was, die Schwarzenegger gemacht hätte, oder wie es das ist? Ja. Ja, ich will jetzt, ach ja, was dann hier zu finden. Ja, ich will jetzt, ach ja, was dann hier zu finden. Ja, ich will jetzt, ach ja, was dann hier zu finden. Ja, ich will jetzt aber die Armee nachziehen, damit wir wirklich von da oben jetzt, jetzt müsstest du eigentlich von da oben durchschlagen. Ja, warte mal, ich hole mal von hier noch. Jawohl, zahl! Ja, auf jeden Fall. Jawohl, zahl! Bestätigt! Sammler! Bestätigt! Jawohl, zahl! In Ordnung! Sammler! Ja, eine Sammler! Ja, eine Sammler! Okay, meine Güte! Jawohl, zahl! Du kannst sie wieder nach da unten schicken, wo die Blumen sind, wo die beiden Tiberienbäume sind. Ja, das muss... Oh je, zwei der Einheiten auch fangen sich dann weg. Welcher auch? Oh, die Dämmenbäume, ja, okay, macht mal. Genau, bleibt im Tiberium liegen, das finde ich auch gut. Jawohl, zahl! So, das... Jawohl, zahl! Bestätigt! Ja, ach so, die Tiberium Sammler würde ich da oben rausschicken, die kann der, so sagen wir, da unten in die Ecke schicken. Und dann schlagen wir da aus. In Ordnung! So, da wieder ein paar Fuzzis vorziehen. Jawohl, zahl! Brecher auf! Jawohl, zahl! Ja, jetzt akzeptieren alle nach meinen Hof auf die Türme. Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Bestätigt! Jawohl, zahl! Bestätigt! Jawohl, zahl! Bestätigt! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Recher auf! Jawohl, zahl! Die Kraftwerke! Der geht! Recher auf! Jawohl, recher auf! Geht irgendwo so eine blöde Haubitze. Da! Dann schießt auf die Kraftwerke oder geh gleich zur Haubitze oder so. Komm! Du bist gut dran! Du musst jetzt durchziehen! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Bestätigt! Jawohl, zahl! Bestätigt! Jawohl, zahl! Bestätigt! Jawohl, zahl! Einfach ruhig, denn nur eine Head nach. Bestätigt! Einfach schön als Nachspiel. Ich glaube, jetzt muss er einfach nur die Leistung machen. Marie篪zer hat sein, genau! Deutsches mapereμεllers wäre schon fast dirty. Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Bestätigt! Recher auf! Jawohl, zahl! Bestätigt! Einheitsat slicht. Einheitsat slicht. Das kenne ich auch. Jawohl. Ex headed! Jawohl, zahl! Einheitsat slicht! Jawohl. Jawohl, zahl! Der Einheitsat slicht. E pratique! Ja... Einheit verloren. Nein. Aber, wenn ihr saßt. Einheit verloren. In Ordnung. Oh, da oben noch, ja, die Basis sind angegriffen, ja, ja, zerstört, zerstört, ja, zerstört ihn, Jawohl, Zahn, breche auf, Jawohl, Zahn, Nachgebäude wieder erobert, Präparaturluft, unsere Basis sind angegriffen, so wecker, gut, aber sein, sein Bauhof ist weg, das heißt, wir können jetzt nicht mehr, das heißt, wir können jetzt nicht mehr, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr, Jawohl, Zahn, Jawohl, Zahn, Jawohl, Zahn, unsere Basis wird angegriffen, So, warte, dann hole ich jetzt einfach einfach nach hier drüben von hinten rein und mache dann noch das eine Kraftwerk kaputt. Oh, jetzt musst du es nur noch durchziehen, musst du nur noch die Früchte deines Erfolges einsammeln, und noch zwei Kraftwerke weg und dann ist cool. Warte mal, das Ding ist echt, einfach vier von diesen blöden Haubitzen, was war das? Ja, guck mal, da, genau. Verstärkungen sind eingetroffen. Dann nehme ich mit diesen Reichweite, die werden auf jeden Fall nicht von diesem Turm... Verstärkungen sind eingetroffen. Wird gebaut. Die haben eine größere Reichweite, Alter, als du Himmel. Ja, die sind total gut. Alter! Jawohl, Zahn! Jawohl, Zahn, verstetigen! Verstätigt! Genau! Ja, da oben in der Ecke des Kraftwerks noch. Von denen hier sind. Achso, ja, genau. Machen wir das nicht mehr, verkriekt. Also, ich dachte, da bleibt zu sein, dann... So, das bedeutet, der sollte jetzt nicht mehr genügend Strom haben, ne? Siehst du gerade ab, dann hat er auf jeden Fall nicht mehr genug Strom. Jawohl, Sir, kein Problem. Jawohl, Sir. Ja, hier ist gleich noch ein. Ja, schön. 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 Jawohl, Sir, reiche auf. Jawohl, Sir, reiche auf. Ich hab das fertig. Jawohl, Sir. Jawohl, reiche auf. Jawohl, reiche auf. Ja, ja, ich versuch die gerade mal wegzum Danke. emp Ja, cool. Ja, das war sehr gut. So, ich würde sagen, so sehen Sie da aus. So sehen Sie da aus. So sehen Sie da aus. War gut? Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl. Der eine Kübel, der kleine Karre. Ja. Witzig. Alle Gebäude sind noch. Jawohl, Sir. So, ich glaube, das war's. Ja. Da-da-da-da-da-da-da. Missioner erfolgreich. Jetzt kommt noch die Abschloss-Elemente. Ja, von diesen Rack-Kräutern, die alle sofort untergegangen sind wegen dem Laserturm. Gott, hat da viele Pixeln. Gibt es einfach mal. Ja, so cool sah das nicht aus vorne. Ne. Ah, 42 Minuten. Meine Klappe, das hat ja auch richtig gut gemacht. Habe ich mal hoch begeistert. Geht bei Ende 2. Ich applaudiere. Cool. Ja, und damit haben wir's geschafft. Ja. Meine Fresse. Das war mal richtig cool anzusehen, wie du das freigeschaltet hast. Wie du das alles abgeschaltet kaputt gemacht hast. Ah, dieser Kampf am Ende. Voll schön. Ja, ja. Voll schön. Ich war ein bisschen überfordert. Also, das kann man bestimmt besser managen als das, was ich da gemacht habe. Aber es ist besser gelaufen als das andere Mal, wo ich die Mission probiert hatte. Wo auf der anderen Seite dann die ganzen Einheiten tot waren und die Türme nicht kaputt gemacht werden konnten. Das war blöd. Ja. Früher. Ach ja. Naja. Jetzt haben wir's geschafft. Ja. Cool. Dann würde ich mal sagen, beenden wir an dieser Stelle das Video mit den glorreichen Worten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen, wie wir GDI not platt gemacht haben. Hand of not hin oder her. Die halten doch nichts aus. Hallo. Und dann sehen wir uns gleich wieder auf der Endcard und morgen im nächsten Video. Und bis dahin viel Spaß beim Selberspielen. Wünschen euch euer Aha und Insta. Bye, bye. Juhu. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.